Nach dem Rapportbesuch im Vatikan tritt Franz-Peter Thebarz van Elst seine vom Papst angeordnete Auszeit an. In Bayern, genauer gesagt im Kloster Metten. Der Bischof ist hier nicht zum ersten Mal zu Gast. Denn während seiner Lehrtätigkeit an der Universität Passau sowie in der Zeit als Bischof in Münster und Limburg, war Thebarz van Elst immer wieder zu Besuch im Kloster Metten. Ob der 53-Jährige seine gesamte Auszeit in Metten verbringen wird, ist noch offen. Abt Wolfgang Maria Hagel sagte in einem Gespräch mit der katholischen Nachrichtenagentur, Die Benediktiner freuen sich, dass der Bischof von Limburg eine geistliche Zeit der Erholung in Metten verbringt. Außerdem bat er darum, das Kloster als Ort der Stille zu respektieren.